Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. Es ist 4 Uhr hier unten rennt irgendwas rum. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Kreischerin ist. Ich glaube nicht. Also ich konnte das Geräusch nicht zuordnen, als sie da einmal so erbärmlich gestöhnt hat. Wir wollen mal gucken. Ich würde mich eher überraschen, wenn das eine wäre. Nö, ist sie nicht. Dann passt. Dann machen wir die aber damit. Na, okay. Sind wir umsortiert. Ich war drauf und dann das zu scrappen in der Nacht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ein Autoreifen. Oh, haha, schön. Äh, scrap. Lila Autoreifen. Jetzt weiß ich auch, warum ich die mitnehme. Das fängt gut an, die Folge. Fängt gut an. So, ich habe eben zwischendurch Scrap Mechanic mit What the Fuck aufgenommen. Wir hatten viel Spaß. Wir haben geiles Outtake. Wir haben uns burbelt voll ab. Ich habe echt heulend auf den Boden gelegen. Mir kamen echt die Tränen. Ich habe eben mit ihm telefoniert. Ich habe mich schon überlegt. Wir haben uns so über Szenen unterhalten, wo Let's Player Sachen macht, wo man sich sagt, von wegen, das müsste der doch eigentlich wissen, wie es geht. Und dann gesagt, naja, das Problem habe ich ja auch immer. Nee, komm, ich habe 250 Stoff. Das werde ich jetzt nicht Bandagen mitnehmen. Jedenfalls nicht die Bandagen. Aber auf gar keinen Fall werde ich das machen. Ja, komm. Leere Gläser kann ich auch mitnehmen. Irgendwas werde ich hier lassen müssen. Spätestens wenn die Antibiotika kommen. Ach komm, da wird es schon nicht dran, da wird es schon nicht dran mangeln. Metallblei kriege ich immer wieder aus dem Boden. Ne, netter Versuch mit dem Splint. Habe ich überhaupt noch einen Splint hier drin? Nee, aber den Grain-Alkohol, den nehme ich mir mit. Das wäre, glaube ich, keine so schlechte Sache. Und Vitamine können wir direkt benutzen. Steigern die jetzt dann noch die Wellen müssen oder machen wir das nicht. Jedenfalls haben wir uns mal unterhalten. Und ich sagte, naja, vielleicht geht es mir auch ein bisschen so wie Kelly Bundy in dieser einen Folge. Für eine Information, die reinkommt, fällt eine andere Information raus. Das könnte ja durchaus sein. In dem Fall werden wir, glaube ich, jetzt viel Spaß haben, weil ich habe jetzt in Scrap Mechanics so viel gelernt, dass ich nicht wissen möchte, was da für alles rausgeflogen ist aus meinem Hirn. Ich glaube, das wird noch sehr schwierig. So, Bloodbugs. Können wir ja mit werfen dann. Ein zweiter Beaker. Ich mache das nur sehr ungern. Würdet ihr das Brass wegschmeißen oder das Duct Tape? Das sind zwei Brass. Ich habe da aber was und ich habe da was. Ich glaube, das ist der bessere Deal. Ohne den einen Kleber. Warte mal. Recipes, Duct Tape. Da brauchen wir... Oh, echt? Ach, Problem erledigt. Problem gelöst. Sehr schön. Öfter mal in die Rezepte gucken, dann funktioniert das auch. So, die normalen Bandagen, die lasse ich hier aber links liegen. Ich habe fünf Stück davon. Da war ich schon überlegen, ob ich die irgendwie mal entsorge. Das ist nämlich etwas, was ich wohl noch weglassen würde. Den haben wir schon? Ne, auch nicht. Ja. Und die Vitamine kann ich ja gleich einnehmen. Habe ich davon schon eins? Ich glaube nicht. Brauche ich das unbedingt? Das Blood Draw Kit. Gut, damit könnte ich mir natürlich beliebig viele Bloodbags herstellen. Von der Idee her. Über die Zeit. Wenn ich dann nachts genug zu essen habe, heile ich mich ja auch wieder. Überlegen wir uns gleich. Mal gucken, wie wir das machen. So. Hier gibt es doch aber vielleicht noch... Yay. Sehr schön. Und hier gibt es auch noch eine zu plündern. Auch schön. Und die auch. Sehr gut. Was haben wir da drin? Ja, Slash haben wir. Können wir einfach mal leeren. Dann haben wir ihn. Bier. Ich will plündern das hier jetzt komplett. Bottled Water, Blaster. Ich muss aufpassen, dass ich, naja, irgendwann, wenn ich was trinke, fallen die Gläser auch raus, weil ich keinen Platz mehr habe, um die ganzen Gläser... Ne? Also ich trinke eins aus, wenn ich was trinke. Habe ich die schon? Ah ja. Was ist da drin? Können wir aufnehmen? Hier ist irgendwo ein... Ne. Ja, ist das eine... Ist da noch? Okay. Sehr schön. Ja, können wir auch lernen. Ist da auch was drin? Gut. Dann noch eben fix hier rein. Ja. Falsches Werkzeug genommen. Haben wir da einmal so. Geht schneller. Und... Mal gucken, was hier so drin ist. Nix. Auch nix. Meins. Ist hier noch ein Safe drin. Ne. Das können wir scrappen. Ich mach mal das Licht aus. Es ist zu hell. Ich nehme da mit. Und noch ein Beaker. Und noch ein Bioteca. Fürst-Aid-Bandagen. Ich hab doch jetzt aber mehr als... Ne, jetzt hab ich genug. Fünf. Äh, Jungs. Noch ein Blood Rocket. Unglaublich. Noch mal an Bioteca. Ja. Ja. Antibiotika wären schon was geil, wenn ich die mitnehmen könnte. Ne. Ich glaube, ich möchte jetzt auf direkten Wege nach Hause. So. 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 Wie weit ist es denn hier? Müssten wir hier da unten drumherum laufen. Ne. Ich hätte da so eine Idee, wie ich die Antibiotika mitnehmen kann. Oder will ich das Blood Rocket? Brauche ich das Essen überhaupt? Unbedingt. Was würdet ihr denn hiervon weg tun? Das Benzin? Ist jetzt auch nicht so geil, ne? 15 Gläser. Also ich könnte einen Kaffee trinken. Ach komm. Ich schmeiß die fünf Bandagen raus hier. Und die 10 Gläser. Und die ist... Oh, Moment. Ach ne. Die Bandagen scrappen macht auch keinen Sinn, weil ich habe jetzt 250 Stoff. Mehr geht nicht. Dann, ähm... Das sind so Sachen, die kann ich mir wieder herstellen. Stoff kann ich mir auch nochmal in der Stadt besorgen. Das ist alles nicht so das Riesenproblem. Und so. Dann habe ich das Blood Rocket. Ich brauche auch nur eins. Jetzt gehen wir damit raus. Und gut ist. So. Ey. Komm. Ja, dann folgen wir nochmal der Straße. Und dann werfe ich jetzt aber mal einen Kaffee ein. Ich wollte nämlich sagen, wenn ich jetzt einen Kaffee einwerfe und den einen einfach nur wegschmeiße, dann habe ich ja Platz im Inventar. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich will da eigentlich gar nicht reingucken. Was sind da jetzt bei rausgekommen? Brust? Ne. Okay, Metall. Da gucke ich jetzt gar nicht mehr rein, weil wenn da irgendwas cooles drin ist, was ich nicht mitnehmen kann, würde ich mich nur ärgern. Weil ich habe jetzt echt ein Platzproblem. Noch mehr kriege ich da, glaube ich, nicht aussortiert. Und ja, doch, einen Platz kann ich noch freimachen. Mit dem Kaffee. So, ich bin dann mal weg. Warum laufe ich gefühlt so langsam? Ach, falls es bergauf geht, ne? Kommt mir so langsam vor. Oh, sehr schön. Die Blaubeeren brauen nicht unbedingt. Da habe ich welche. Das sind die Kaffee, die mir auch sparen können, wenn ich jetzt an jeder Milchkette stehen bleibe, ne? Oder? Dann müsste man das auch ausnutzen und direkt durchrennen. Ja, du kannst mal ruhig hinter dem Auto bleiben. Ganz genau. Na. Okay, dann packen wir die Pfeiler da rein. Dann machen wir Recipe, Duct Tape, Craft. Wir holen das Ding wieder. So, danke. Funktioniert doch. Was mache ich denn, ne? Ach, komm. Hätte ich jetzt gerne gehabt. Na, hat mir auch noch die Mülllehre nagt. Da war bestimmt was Gutes drin. Ich würde sagen, der Straße folgen wir jetzt einfach mal stumpf. Was bist du, ne? Ach, ein Schwein. Na, du hast aber Gleichnamiges. Weil ich kann kein Essen mehr mitnehmen. Ups. Habe ich das Overlay angeschaltet. Weiß ich gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich würde mich mal erstmal aufrecht wieder hinsetzen hier. Dann kannst du mich zusammengesunken. Ja, hier ist schöneres Biom mit den Laubbäumen als bei mir. Aber okay, von dem schönen Biom habe ich mich ja gedanklich jetzt schon verabschiedet, weil ich habe ja gesagt, ich bleibe in der Stadt. Damit lachte ich auch nicht. Scrap. So. Nehmen wir mit. Wie gesagt, die 53 Scrap-Iron oder wie viele das sind, sind es, ähm, 75. Die wären jetzt auch nicht so mit gewesen, die kann ich auch hier lassen. Aber ich hänge ja so an alten Sachen. Ich hänge auch an mir. Ein bisschen jedenfalls. Ne, das Kanin darf leben. Aus Prinzip nicht, dann kriege ich wieder Ärger. Hm. No. Dann, bevor ich den liegen lasse, Scrap-Iron lieber. Na? Ja, immerhin 4 Scrap dran gewesen. So, wo sind wir denn jetzt? So langsam, müsste ich mal in die Richtung, ne? Ja, was machen wir jetzt? Die Straße weiter folgen? Ich glaube, ein paar Meter können wir das so machen. Wir können doch mal schauen, was hier unten so ist. Oh, ein S. Sehr schön. Okay, hier unten ist auch Wasser. Und, ah, da geht es aber zu einem Haus hin. Hier geht er einen Weg runter. Das ist gut. Den können wir da mal folgen. Aber, ich glaube... Ich glaube, ähm... So. Foto. Ich rechne jetzt gerade gar nicht mehr damit, dass in dieser Foto-Narkose irgendwie was Aufregendes passieren wird. Aber man weiß nie, was um die nächste Ecke ist. Also jetzt doch nochmal ein bisschen kurz zu gucken, wo der Weg hinführt. Sicher ins Grasland. Vielleicht finde ich hier auch nochmal Tankstellen oder sowas. Dann wisst ich wenigstens, wo ich bei einem neuen Loot-Ausflug hingehen kann. Und ein bisschen Sprit für, um Moped jetzt mal anzufeuern, äh, haben wir ja auch. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, auch die lese ich nochmal. Verbessert auch mein Skill wieder da drin. Ganz Nothing. Also bisher hat sich der Ausflug gelohnt, muss ich sagen. Sehr sogar. Den letzten Kaffee bewahre ich mir lieber auf, wenn ich die Stadt betrete. Dann kann ich schneller nach Hause laufen. Ich glaube, das ist klüger, wenn ich das so mache. Ach, ein Hirsch nach dem anderen. Guck mal da nochmal rein. Ja, ich mach mal den Scheinwerfer hier aus. Okay, dieses Ding, wir gucken uns da mal an, wo dieser schmale Weg hinführt. Das können wir, glaube ich, jetzt gedanklich auch vergessen. Und dafür bin ich schon zu weit weg. Ich glaube, das wird nichts mehr. Dann laufen wir einfach mal die große Runde. Ja. Die Temperatur sieht noch in Ordnung aus. Aber da führt ein Weg hin. Sogar bis ganz nach oben da. Da gucken wir nochmal eben. Ich glaube, ich habe da ein Haus gesehen. Ja. Das ist ein normales Haus. Ja, ist ja gut. Was ist denn das? Na toll, jetzt komme ich ja schon Schweine auf ein Weg hin. Ah, der Weg geht dahinter noch weiter. Na, gucken wir mal, was hier so los ist. Nämlich die Pfeile am besten. Ich kann mir ja schon wieder 66 herstellen. Oh, da ist auch nochmal ein Haus. Ich würde halt gerne reingehen und gucken, ob da ein Bücherschrank drin ist. Okay, funktioniert. Ich bin aber sauer hier. Wo kommt ihr denn raus? Oh, das ist mir noch mit hier. Komm, ich helfe euch mal. Ihr braucht zu lange. Wollt ihr mal eben? Sind nur die zwei? Okay. Na. Ja. So, machen wir mal Licht an. Ich werde hier sonst auch nichts looten, außer dieses vermeintliche Bücherregal. Oder auch, na, pass auf, hier ist ein Safe drin und ich kann hier nicht looten, weil ich keinen Platz mehr habe. Ne, sehr schön. Ein doppeltes Bücherregal. Das ist gut. Jo, nimm mal mit. Habe ich aber, glaube ich, auch schon. Ja. Okay, dann kommt das dazu. Was bist du hier eigentlich? Du bist kein Scrap, ne? Obwohl, man hat mir mal gesagt, man kann hier nicht auseinanderhalten, ne? Ne, das war kein Scrap. Das war kein Scrap. Gibt es hier einen Wasserhahn aus? Ja, aber das war auch nur normaler. Gut. Nochmal in die Bücher... Hm? Bitte? Okay. Ne. Aber hier sind noch Bücherregale drin. Irgendwo gibt es hier noch ein Bücherregal drin. Bin ich mir ganz sicher. Irgendwo ist hier, glaube ich, noch ein Bücherregal drin. Ne, den habe ich... Den können wir mal scroppen. Ja, lass mich doch in Ruhe. So, aber mehr als eine. Ja. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, noch ein Beaker. Okay, nehmen wir den mit. Na, ich finde das gut, dass ich ihn noch überzeugen konnte, liegen zu bleiben. Oh, noch eine Schwester. Na, ist auch noch ein Beaker. Nö, aber Grain Alkohol. Das nehmen wir auch gerne mit. So. Wie weit bin ich denn von sauber weg? Ich würde sagen, ich hau ab. Wir gehen nach Hause, wir bauen uns das Minibike und dann kommen wir nochmal her. Ist, glaube ich, am besten. Glaube ich, nach wie vor die beste Lösung. Quick Waypoint. Machen wir das. Laufen wir auf direkten Wege jetzt nach Hause. Guck mal, da drüben ist auch nochmal ein Haus. Werden wir einiges finden. Ich glaube auch, Minibike ist das Beste, was ich tun kann. Hatte ich nicht im Norden irgendwo noch, als ich gestartet bin, irgendwo eine kleine Stadt. Wo noch vielleicht Tankstellen sind, die ich noch plündern könnte. Ich glaube ja, ne. Durchaus im Rahmen des Möglichen. Oh, noch ein Beaker. Guck mal, da. Naja, okay. Ja, kein Beaker, aber kann ich auch nicht mitnehmen. Dann benutzen wir die einfach mal. Warum nicht? Bevor die da vergammelt, das wäre ja auch schade. Gut, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen die Landschaft an. Und laufen mal zurück. Wie gesagt, den, 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 ja okay, da will ich jetzt sowieso nicht entlang. Den Kaffee bewahre ich mir auf, bis ich, äh, bis ich fast zu Hause bin. Und ich versuche hier noch so viele Nester wie möglich mitzunehmen. Dass wir nochmal wieder 250 Pfeile craften können. Na, ich bin bestimmt schon wieder an welchen an vorbeigelaufen. Tunnelblick, ne? Man guckt immer in die falsche Richtung. Und ab und zu gucke ich auch nach vorne noch, äh, was dann da vorne für eine Straße kommt. Ob das schon die von der Stadt ist oder nicht. Außerdem muss ich jetzt langsam aufpassen, dass mir kein Hund entgegenkommt. Glaube ich. Hä? Ich laufe ja komplett in die falsche Richtung. Okay, was ist denn das für eine Straße? Ne, jetzt ist es wieder in die richtige Richtung. Ach, die laufen da wahrscheinlich dann nachher zusammen, denke ich mir. Ja, das wird es wohl sein. Ich bleibe mir hier im Gras. Und werde mich jetzt aber auch gleich wieder nach rechts orientieren. Wo geht es denn da hin? Ich brauche unbedingt ein Moped. Es gibt so viel zu entdecken hier. Ach, guck mal. Hier ist auch schon wieder ein Weg, der zu irgendetwas hinführt. Wahrscheinlich aber nur eine Wasserpfütze. Ja. Oh, wobei. Wasserpfütze. Können wir doch mal eben nutzen, oder? Habe ich denn nicht nochmal irgendwo 10 Gläser gehabt? Ne. Das ist ja praktisch. Okay, die UI hat wieder ein Problem hier. Das ist ja praktisch. Dann kann man das gleich zu Hause abkochen. Na. Ja, dann mal gucken, was ich dann so mache. Shotgun Store, habe ich gesagt. Könnte man aussuchen. Das können wir machen. Ein paar bessere Waffen wären nicht schlecht. Und ich wollte noch Skillpunkte verteilen. Und zwar hatte mir Sedlina Sehera geschrieben. Ist jetzt schon zwei Folgen her. The Fixer. So heißt das wohl. Der Skill. Damit soll man, wenn das Ganze ausgeskillt ist, wohl ohne Qualitätsverlust Waffen oder vielleicht sogar andere Sachen reparieren können. Das können wir uns dann hier angucken. im Talent, was da genau für ein Text drin steht. Den würde ich ganz gerne skillen. Das klingt gut. Gerade wenn man noch keine so gute Waffe hat, ist das wahrscheinlich sehr praktisch. Naja. Wobei, so viel haben die bisher auch nicht verloren. An Qualität. Fand ich immer nur so fünf Punkte oder so, glaube ich. Viel waren es nicht. Aber gut, jeder Punkt hilft. Man merkt das ja. Ach, hier unten ist das Grasland. Okay. Und hier, ab hier wird es dann auch gleich ungemütlich. Okay, ein Bär. Den habe ich gesehen. Ups. Das ist aber schwierig gerade. Ohne Ausdauer ist unangenehm. Aber das heißt, ich bin gleich zu Hause. Oder bald. Bleiben wir nochmal im Stehen. Vielleicht geht das schneller. Ja, okay. Lang ist es nicht mehr hin. So. Skill. Können wir uns mal eben angucken. Ähm, ähm... The Fixer. The Fixer. Reduces Repair Time. How much repair materials are used. And the amount of durability lost to... Okay. Das ist, äh... Sehr schön. Bezieht sich auf alles. Kann man dann auch fürs Mini-Werk benutzen. Ich habe 50 Punkte verfügbar. Gut, dann knallen wir nochmal die ersten 10 rein. Nochmal 10. Nochmal 10. Und die 20 Punkte, die ich dann noch habe, überlege ich mir, ob ich die woanders reinstecken will. Oder auch direkt da rein. Gucken wir dann mal. Aber weil Waffen reparieren wird hier, ähm, auf alle Fälle notwendig sein, wenn ich in der Stadt bleibe. Ja, ja. Auf jeden Fall. Oh, das ist doch größer, als ich dachte hier. Das ist, ähm, Grasland. Aber... Richtig schöne Sachen sind hier. Eine Wüste wäre mir lieber. Wegen Aloe und so. Die sind zwar Kakteen, aber... Da kann ich mir auch nicht so viel von kaufen. Gehe ich hier genau auf der... Äh, warte mal. Das ist doch ein viel schönerer Screenshot, finde ich. So. Meine kleine Rundreise. Okay, ich verabschiede mich dann mal für diese Folge von euch. Und, äh, wir sehen uns dann in der... Ne. In der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Und, ja, wie immer, ähm, auch wenn hier nicht so viel los war, wenn es euch gefallen hat, oder wenn ihr euch unterhalten gefühlt habt, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.